Kuhn Stopp! Neuer Stopp! Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Nehmt das, Kuhn, Freunde. Das ist zwar Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt ihr abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Hör auf damit, Jenny. Jetzt schau dir das an, Mann. Den hier habe ich von Usher, ihr Schlampen. Machen. Ihr Schlampen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schaff deine Picherfreunde hier raus. Sofort. Hoffe, du hast mir was mitgebracht, Billy. Fick dich, Mom. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Superhelds seines schwerer, als du dachtest, hä? Ist schon okay. Du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein Stärke-Artefakt. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefaktslots zu stecken. Na los, probier's aus. Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superhelden-Abenteuern. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig! Arschlott! Die Artefakte sind ein wichtiger Teil deiner Power-Kumpel. Am besten stimmst du die Artefakte auf die Kräfte ab, die du im Kampf verwendest. Bis zum nächsten Tipp! Oh hey, dies ist deine erste Schnellreitestation. Such weitere, die werden dir das Leben erleichtern. Hier, Miezi! Komm, Miezi, Miezi, Miezi! Dürf einfach einen Stein! Nein, ich darf einen Stein schmeißen! Hey, der kleine Viertklässler ist schon wieder! Jetzt gibt's mal richtig auf die Fresse! Wollen wir uns wirklich mit den Sechstklässlern anlegen? Keine Gnade, Leute! Klar, ladet all eure Viertklässler-Freunde ein. Mehr Spaß für mich! Zeig uns, was du drauf hast! Das gibt garantiert ne Narbe! Wen soll ich quälen? Ich wähle dich! Nimm das, Zwerg! Ich... Wer ist das nächste Ziel? Lass dich da von deinem Freund massieren! Halb Drachen! Halb Mensch! Ganz Held! Kleiner Rückschlag! Hey, fick dich! Ich bin Super-Craig! Stimmt, Herr Craig? Ich sag dir, fick dich! Das hier macht zwar keinen Schaden, gibt mir aber ein Schild und macht mein Ziel... So wütend! Hau rein, Neuer! Das ist so eklig! Nehmt eure Medizin, Zwerge! Das hab ich kaum sehen! Scheiße für dich! Nicht gucken, ihr Schwarteln! Laut Wetterbericht Hagels Schläge! Pew, pew! Den haben wir die Frasche poliert! Okay, das war ziemlich cool! Geile Teamarbeit! Wir sehen uns! Okay, geile Aktion! Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir vier Sechsklässler verprügelt haben! Das fördert das Franchise! Obwohl dich jetzt natürlich alle Sechsklässler im Visier haben! Das war ein Fehlern, ziemlich dumm! Okay, jetzt besorg uns noch mehr Follower! Ey, du hast bei Kryptonit nichts angegeben! Bist du unbesiegbar? Das geht nicht, laut den Regeln brauchst du eine Schwäche! Such Mosquito, der hilft dir! Ich übertrag den Rest auf deine Karte! Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen! Glückwunsch! Das Schnellreisesystem ist voll für... ist bereit! Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern! Bei Schwierigkeiten kommt Blitzfreak vorbei! Bis dann! Ich hoffe, die neue Nase sieht besser aus als die... Folgender Vorschlag! Ich folge dir auf Kunstagram, wenn du ein Selfie mit mir machst! Wie klingt das? Happy Halloween, jetzt folgt dir eine coole Mom auf Kunstagram! Ist das nicht super? Ja! 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 Er ist ein Kun! Nein! Von Cham tang! Wer stört den Fluss des Chaos? Oh, Chaos wird dich büßen lassen Hauen wir rein Wie ein Blitz Wo ist die Leidenschaft? Du bist nichts gegen den Meister Auto Auto Weg da Puh, geschafft Laser online Hier, bitte Ich folge dem Ruf des Chaos Hast du das gesehen, Meister? Beuge dich, Chaos, oder zahle den Preis Könnt mir dich egaler sein Glückwunsch, Superfreunde Du schaffst das Was ist das denn? Grundgültiges Chaos Siegreich Chaos ist unausweichlich Ich sag mal, auch für dich, Alter Starterlaubnis Du kannst auf mich zählen Vielen Dank Bin ich endlich dran? Danke Mega-Faust, Pachiru Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin Hau sie weg, Neuer Fantastisch Ein Kampf ganz nach meinem Geschmack Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen Sorry, ich hab nicht viel für Selfies übrig Lust auf einen neuen Look? Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Es ist neues gebrauchtes Zeug eingetroffen Wow, hast du dein komplettes Outfit hier gekauft? Das ist neues gebrauchtes Zeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeugzeug Lass das lieber mal desinfizieren. Du kannst es jederzeit für einen Bruchteil weiterverkaufen. Üüüüüüüüüütteln an! Musik Musik Notasius Schönen Er strange Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020